Hi, wir sind Fabi und Anne und wir nehmen euch mit auf unsere Reise. Dieses Jahr haben wir uns den Traum vom eigenen Van erfüllt. Ohne handwerkliche Vorkenntnisse trauen wir uns an den Selbstausbau. Unser Ziel, einen leeren Van in unser neues Zuhause zu verwandeln. Unser Van soll uns in die schönsten Ecken Europas führen. Dafür haben wir unsere Jobs gekündigt und unsere gemeinsame Wohnung aufgegeben. Zusammen sind wir auf der Suche nach neuen Abenteuern. Denn unsere größte Leidenschaft gilt dem Reisen. Ab jetzt immer dabei, unser Haus auf vier Rädern Elvis. Wir freuen uns, euch mitzunehmen. Wir freuen uns, euch mitzunehmen.